Musik 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 So, jetzt die Attila vom Penny Mal schauen, was sie so drauf hat das ist die 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 wir die 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 Das war's. Die Attila, läuft. Dann würde ich sagen, wie eine Batterie. Die Crowns von Leslie. Die sind auch fleißig. Sehr sehr nice. Links, rechts, geradeaus. Ich versuche, wie gesagt, es ist nicht nur Uhr natürlich. Ja, da sind noch ein paar Spindchen. Wenn noch. Abfuhr, wo ich nicht konnte, war ich nicht mehr Eisdruck. Das ist die Crown von Leslie. Nichts, wie sie aus der Kuhl zum Beispiel. Das ist die Regierung. Das sind die Jaune attitude. Das ist die Jaune After eine Verwaltung. Das ist die Jaune der Kuhl. Das hat das, die Jaunein. So, selber Rakete jetzt, Violett-Grün-Blinke. Die sind nicht gerade, müssen wir mal kurz messen, bisschen. Auf geht's. Guck mal. Für die größte Echt-Echt-Chef. Das war eine kleine Silber-Rakete. So, jetzt haben wir hier eine Silber-Rakete. Weiß-Blinker-Rot. Ja, gleich. Jetzt geht's. So klein und unscheinbar, Cracker-Rot. So klein und unscheinbar, Cracker-Rot. So jetzt, Cracker-Rot. So. 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 Die Silberraketen sind echt heftig. So, jetzt haben wir die Silberrakete Corolla Ruttlinger. Wir machen mal was größeres, damit ich einen besseren Standfuß habe. Fuck mama.